Hallo, da bin ich wieder, eure Sabine Blumenthal. Vom Embryo zum Fetus In diesem Video erfährst du etwas zur vorgeburtlichen Entwicklung des Menschen. Am Ende des Videos kennst du die Begriffe Zygote, Morula, Blastozyste, Embryo und Fetus und kannst diese den verschiedenen Phasen der vorgeburtlichen Entwicklung zuordnen. Zum Verständnis des Videos ist es hilfreich, wenn du noch weißt, wo und wie der Vorgang der Befruchtung stattgefunden hat. Jedes neue menschliche Leben beginnt mit der Befruchtung einer weiblichen Eizelle durch eine männliche Samenzelle im Eileiter der Frau. Doch wie geht es dann weiter? Sehen wir uns die einzelnen Phasen der vorgeburtlichen Entwicklung eines neuen kleinen Menschen dazu mal genauer an. Natürlich beginnen wir direkt nach der Befruchtung. Der Kopf der Samenzelle ist in die weibliche Eizelle eingedrungen und die beiden Zellkerne sind miteinander verschmolzen. Die befruchtete Eizelle wird nun als Zygote bezeichnet. Sie ist die erste Zelle eines neuen Menschen. Die Zygote wandert durch den Eileiter in Richtung Geburt. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com www.sofatutor.com Gute Bildung zu Hause! Gute Bildung zu Hause! Gliterung zu Hause! Gute Bildung zu Zuhause! V nighttime in Richtungبحa Solk Montage